Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Bis heute fehlt mir noch drei Fische in meiner Sammlung. Die Nummer 12, die 22 und den Midas-Fisch, die 40. Da ich diese Fische nie geschafft habe, in normalen Matches zu angeln, zumal man die 12 und die 22 auch nur in Küstengebieten und bei Dunkelheit findet, habe ich das Ganze jetzt aus Spaßmal im Kampflabor probiert. Und es hat geklappt. Ich habe es sogar noch geschafft, den Midas-Zappler zu angeln. Somit ist auch die Stempelkarte geschubbt voll geworden, da ich ja alle 40 Fische habe und die Angels-Zie sind vorbei. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.